Entgiftung und Ausleitung, ganzheitlich gesehen, auf allen Ebenen, ist heute wichtiger denn je. Entgiftung und Ausleitung bedeutet, dass wir unsere Ausleitungsorgane unterstützen, dass wir unsere Leber unterstützen, unsere Niere unterstützen, den Darm gesund halten, die Lymphe in Fluss halten. Bedeutet aber auch, dass wir geistig entgiften, dass wir uns bewusst mit uns selbst auseinandersetzen. Zivilisationskrankheiten können wir lange von uns fernhalten, wenn wir regelmäßig ausleiten und entgiften. Die Nachfrage nach Angeboten zu den Themen Ausleitung und Entgiftung ist groß. Die Menschen sind auf der Suche nach dem richtigen Konzept für Sie. Wie so oft ist es auch in diesem Fall gegeben, dass nicht jedes Konzept automatisch für jeden Menschen passt. Als Ausleitungsberater unterstützen Sie Ihre Klienten, unterstützen Sie Ihre Patienten dabei, die richtigen Komponenten zu finden, um sie dort abzuholen, wo Sie gerade stehen, um einen guten Einstieg zu finden in das Thema Ausleitung und Entgiftung. Die Ausbildung findet online statt. In fünf Wochenendmodulen können Sie bequem von zu Hause aus alles lernen, was Sie brauchen, um anschließend Menschen im Bereich Ausleitung und Entgiftung zu beraten. Wenn Sie Ihr Therapieangebot erweitern wollen, Ihr Praxisangebot erweitern wollen, dann freue ich mich, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und ich freue mich, Sie in unserem Seminar kennenzulernen. Abonnungsverteam 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 Vielen Dank.